Herr Professor Weingart, was gibt es denn dieses Jahr für Neuerungen? Wir haben dieses Jahr zwei Hauptthemen ausgewählt. Die Orthokonadechirurgie, das bedeutet die Chirurgie von Fehlbissen und die Chirurgie von Patienten, die Implantate benötigen, aber da eine schwierige Ausgangssituation haben. Sie haben gesagt schwierige Ausgangssituation, was heißt das genau? Das heißt, dass diese Patienten entweder eine schwierige lokale Situation haben, vereinfacht gesagt, es ist zu wenig Knochen da, um ein Implantat zu setzen, oder aber wenn diese Patienten, und das nimmt heutzutage zu, älter werden, kränker werden, Medikamente nehmen, dass wir trotzdem diesen Eingriff der Implantation durchführen können. Können Sie vielleicht mal ein Extrembeispiel geben, was denn möglich ist? Möglich ist es heute am Computer eine Fehlbissstellung zu korrigieren mit extremer Oberkieferrücklage, extremer Unterkiefervorlage. Wir können in beiden Kiefern gleichzeitig in einer Operation operieren und diese Situation nachher so verbessern, dass der Patient unmittelbar nach der Operation den Mund wieder öffnen kann und wieder trinken, weiche Speisen essen kann. In früheren Zeiten waren diese Patienten für sechs Wochen verschnürt mit Träten und mussten diese Zeit auch stationär bleiben. Heute ist das ein standardisierter Prozess und die Patienten werden am vierten Tag wieder entlassen. Patienten sind ja auch heute da. An was leiden denn diese Patienten spezifisch? Es sind heute Patienten da, die zum einen Fehlbisse haben, die Fehlbisse haben, verursacht durch hormonbildende Tumoren, Fehlbisse, die verursacht sind auf einfacher Basis, teilweise durch Fehlfunktionen. Und es sind Patienten da, ganze Familien, wo wir über Jahre erzielen konnten, eine komplette Rehabilitation, kauffunktionell und auch ästhetisch. Ein Extremfall eine Familie, wo über 50 Zähne bei drei Schwestern nicht angelegt waren. Sie haben diese Erkrankung vom Vater geehrt. Und wir konnten diese Patientinnen, drei Schwestern, alle drei rehabilitieren. Die haben heute festsitzenden Zahnersatz, sind kauffunktionell wieder völlig in der Lage, alles zu essen und zu genießen und sehen auch optisch entsprechend gut aus.